Zum Kurzfilmfestival 99 Fire Films Award kam jede Menge Prominenz zum Berliner Admiralspalast. Ganz allein betrat Ursula Kaven den roten Teppich. Es war ihr erster Auftritt nach dem Bekanntwerden der Trennung von ihrem Verlobten Mats Wahlström. Die Schauspielerin lächelte und posierte ausgelassen mit ihren Kollegen. Im Interview spricht sie über das Liebesaus. Wir haben uns zu wenig gesehen, die Lebensmittelpunkte waren an unterschiedlichen Orten und wir haben uns auseinandergelebt. Seit 2008 war Ursula Kaven mit ihrem schwedischen Freund Mats liiert. Es gab auch Trennungsphasen. Ob es ein erneutes Liebes-Comeback geben wird? Um Gottes Willen, jetzt hören Sie auf. Also ich finde, alle guten Dinge sind drei. Und jetzt gucken wir mal, was es sonst noch so gibt in dieser Welt. Das sind klare Worte. Dann wünschen wir viel Glück und vielleicht bald eine neue Liebe.